Ja, sehr geehrte Damen und Herren, lieber Thomas, liebe Frau Kühne, Frau Brandt, Frau Brüggen, liebe Kolleginnen und Kollegen der Leuphana Universität, liebe Studierende, ich danke sehr herzlich für die Einladung, heute mit diesem Vortrag die Ausstellung Mind the Earth eröffnen zu dürfen. Es sind besondere, aber auch bewegende Bilder, die uns schon in den Weltstädten in den USA, Europa, Afrika und zuletzt auch in New York zu sehen waren. Kopenhagen, Paris, Marrakesch und Rabat sowie Dakar, der Hauptstadt von Bangladesch. Und nun Lüneburg. Lüneburg. Eine kleine Stadt für die Welt, eine große Stadt für uns, die wir hier leben und arbeiten. Ermöglicht wurde die Ausstellung in unserer schönen Stadt durch den Lions Club. Wir haben es gerade gehört. 1,4 Millionen Mitglieder hat der Lions Club weltweit. Das sind ziemlich genauso viele wie im März 2019 an den Demonstrationen der Fridays for Future teilgenommen haben. Es ist nicht die gleiche Generation und bislang sind es auch noch nicht die gleichen Themen. Aber warum eigentlich nicht? Was ist die größte Bedrohung für die Gesundheit unserer Kinder in den nächsten Jahrzehnten? Sie ahnen es, der Klimawandel. Als Mitglied des Sachverständigenrats für Umweltfragen kenne ich die globale Forschung zu diesem Thema und es ist wirklich besorgniserregend, was die Wissenschaft hierzu feststellt. Wir sehen es auch hier in den wunderbaren Bildern von dem Künstler Kaspar Bach. Witterungs- und Klimaveränderungen können dazu führen, dass Infektionskrankheiten zunehmen oder sich die Symptome bei Herz-Kreislauf- und Atemwegserkrankungen verstärken. Extremwetterereignisse wie Hitze, Stürme, Starkregen, Hochwasser, Lawinenabgänge oder Erdrutsche sind eine unmittelbare Gefahr für Leib und Leben. Allein in Deutschland forderte die Rekordhitzeperiode im Jahr 2003 etwa 7500 Tote sowie zahlreiche hitzebedingte Krankheitsfälle aufgrund von Dehydrierung, Hitzschlag, Herz- und Kreislauferkrankungen. So ist es auf der Webseite des Bundesumweltministeriums nachzulesen. Im Ahrtal erleben wir gerade, dass Extremereignisse nicht nur hohen materiellen Schaden anrichten, sondern auch physische Folgen haben und psychische Folgen haben. Stress, Angstzustände, Depressionen, Klimaangst macht heute schon krank. Klimaschutz ist auch eine Frage der Generationengerechtigkeit. Zwei Dritte der Jugendlichen beklagen, dass sich beim Thema Klimawandel, dass sie sich beim Thema Klimawandel von den älteren Generationen im Stich gelassen fühlen. Die Aussage, ich habe das Gefühl, wir Jungen müssen die Fehler der Älteren beim Klimaschutz ausbaden, findet eine Zustimmung von 75 Prozent. Politik ist, was möglich ist. So hat Bundeskanzlerin Angela Merkel mal jungen Klimaschützern es erklärt. Ich sage Ihnen, es ist allerhand möglich. Wie Sie vielleicht wissen, bin ich nicht nur seit 17 Jahren Leiterin der Abteilung Energieverkehr und Umwelt am DIW in Berlin und seit einem Jahr auch Professorin für Energiewirtschaft und Energiepolitik an dieser Universität. Thomas Schumeris hat es gerade erwähnt und ich habe ergänzend zu meinen zahlreichen wissenschaftlichen Publikationen auch eine Reihe von allgemein verständlichen Sachbüchern geschrieben. Mein letztes Buch, Mondays for Future, trägt die vielfältigen Möglichkeiten zusammen, die wir nach den Demonstrationen am Freitag, den Klimapartys am Samstag und den unzähligen Sonntagsreden nun am Montag endlich ins Handeln kommen. Jetzt beginnt die nächste Woche. Es kommt das Team, das die Arbeit aufnimmt. Es gibt enorm viel zu tun. Wir müssen Entscheidungen treffen, Prioritäten setzen, Bewertes fortführen, aber auch Experimente wagen. Dafür brauchen wir Grundlagen, Wissen, Fakten, Erkenntnisse, aber vor allem eine große Portion Entschlossenheit. Lassen Sie uns ein paar Jahrzehnte zurückblicken. Mai 1961. Die Amtseinführung des US-Präsidenten John F. Kennedy lag gerade erst vier Monate zurück, aber der junge Präsident stand bereits mächtig unter Druck. Am 17. April war die von den Vereinigten Staaten organisierte Invasion Kubas krachend gescheitert. Und wenige Tage später hatte der russische Kosmonaut Yuri Gagarin, ein 27-jähriger Bauerssohn aus Smolensk, als erster Mensch die Erde umrundet. Die USA war blamiert und abgehängt. Die Situation hielt Kennedy eine unvergessliche Rede. Ich meine, diese Nation sollte sich dem Ziel verschreiben, bis zum Ende des Jahrzehnts einen Menschen auf dem Mond landen zu lassen und ihn wieder sicher zurück zur Erde zu bringen. Er schien eine verrückte Idee. Die USA waren noch nicht einmal in der Lage, einen Menschen in die Umlaufbahn zu schicken und wollte jetzt physisch zum Mond reisen? Nun, wir wissen, wie die Geschichte ausging. Mit einem gewaltigen Kraftakt, die NASA verfügte zeitweise über vier Prozent des US-Haushalts, landeten im Juli 1969 die ersten Menschen auf dem Mond und kehrten sicher zur Erde zurück. Vor dem Ende des Jahrzehnts. That's only one small step for a man. One giant leap for mankind. Ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein großer Sprung für die Menschheit. Diesen berühmten Satz von Neil Armstrong kennen wir alle. Alle hier im Raum, alle draußen auf der Straße. Ja, jedes Kind hat ihn schon mal gehört. Auch die Kinder und Jugendlichen, die im Schulstreik oder jetzt vereinzelt sogar im Hungerstreik sind. Sie kennen diesen Satz und versuchen, ihren kleinen, aber hoffentlich wirkungsvollen Beitrag im Kampf gegen den menschengemachten Klimawandel beizutragen. Keine hundert Jahre ist der Aufbruch der Menschheit ins All und hat doch unsere Welt, vor allem unsere Weltsicht, verändert wie kaum eine Eroberung oder Entdeckung zuvor. Wir haben damit die fundamentale Erfahrung gemacht, dass wir Ideen realisieren können, auch wenn sie uns heute als Utopie erscheinen. Neil Armstrongs Mondfahrt hat uns deutlich gemacht, dass jeder einzelne Mensch Teil eines großen Menschheitsprojektes sein kann, wenn wir es denn wirklich wollen. Wir stehen erneut vor einem Jahrzehnt des Wandels und der Möglichkeiten. Es geht nicht nur um einen Wettkampf zweier Systeme gegeneinander. Es geht jetzt um einen Kampf der Menschheit mit sich selbst. Gegen die eigene Trägheit, gegen die eigene Ignoranz, gegen die eigene Bequemlichkeit. Ich habe mir selbst beim Thema Klimawandel, das ja auch so viele Menschen in Angst und Panik versetzt, den Optimismus auf die Fahne geschrieben. Martin Luther Kings berühmtester Satz heißt ja auch nicht, I have a nightmare, sondern I have a dream. Träume geben Kraft, Zukunft braucht Zuversicht. Doch mit Träumen allein ist nichts gewonnen. Wir müssen handeln, wir müssen machen, wir müssen endlich ins Tun kommen. Die Eroberung des Weltraums von damals ermöglichte uns einen neuen Blick auf unseren Planeten. Wir sehen es. Vor zwei Jahren berichtete der deutsche Astronaut Alexander Gerst im Deutschen Bundestag von seinen Eindrücken bei den Weltraummissionen und warnte vor den Folgen des Klimawandels. Man sieht Dinge, die einen überraschen. Gletscher, die kleiner werden. Seen, die austrocknen. Er wolle seinen künftigen Enkelkindern gern einen Planeten übergeben, dessen Zustand mindestens so gut sei wie jetzt. Vielleicht sogar ein Stück besser. Seine Worte müssen uns aufrütteln, genau wie die Satellitenbilder hier in dieser Ausstellung. Wir alle wissen, die Uhr tickt. Wir haben noch ungefähr zehn Jahre oder knapp 420 Gigatonnen CO2 Zeit, um das 1,5 Grad Ziel zu erreichen. Also das Ziel, die Erde ungefähr so zu erhalten, wie wir sie heute kennen und wie sie uns in den letzten tausend Jahren ein lebenswertes Zuhause geboten hat. Seit über 20 Jahren kämpfe ich für mehr Klimaschutz. Durch das Engagement der For-Future-Bewegung wird deutlich, dass es eine überwältigende Mehrheit für den Wandel gibt. Lange Jahre werten sich die fossilen Konzerne mit allen Mitteln gegen die notwendige Umstrukturierung des Energiemarktes. Mit Tricks, mit Kniffen und jetzt auch immer mit noch mehr aggressiver wirtschaftlichen Interessen kämpfen sie weiter wie früher. Die Lobbyisten der Vergangenheit bellen und beißen wie alte Rottweiler, aber den inzwischen nicht mehr ganz so jungen Welpen gehört die Zukunft. Wir sind an einem Punkt angelangt, an dem wir nicht noch ein Jahrzehnt mit rückwärtsgewandten Diskussionen vergeuden dürfen, sondern endlich beherzt nach vorne gehen müssen. Es beginnt das Jahrzehnt, in dem auf die Frage nach Klimaschutz nur noch ein Ja oder Nein als Antwort gibt. Und wenn wir Ja sagen, dann ist die nächste Frage wie. Um den Klimawandel zu begrenzen, brauchen wir einen ganzen Strauß von Maßnahmen. Ein Instrument allein reicht nicht. Wir müssen alle mitwirken. Ich stelle mir vor, alle die tatkräftig mitwirken wollen, versammeln sich um einen großen Tisch. Wir sehen lauter unbekannte Gesichter, ein Decken vereinzelt. Alte Bekannte begrüßen einander, reden durcheinander, haben alle Unsicherheiten und Wünsche, Hoffnungen und Ängste. Die Ideen und Gedanken sprudeln nur so. Jemand klopft einem mit dem Löffel ans Glas, die Stimmen eben ab und der Raum, im Raum wird es ruhig. Und dann geht er los. Der Wettbewerb um die besten Ideen. CO2-Grenzwerte, belastbare CO2-Preise, radikale Kostenwahrheit, Einpreisung von Klimaschäden, Mehrwertsteuer auf internationale Flüge, Kerosinsteuer, Einführung einer streckenbezogenen Pkw-Maut, höhere diese Steuern, Tempolimits, Einführung. Deutschland ist weltweit das einzige Land, nahezu das einzige Land, das kein Tempolimit hat. 120 auf der Autobahn, Tempo 30 in den Städten. Es geht also nicht nur hier um Ausstiege, wir müssen auch einsteigen. Also das Ausbautempo der erneuerbaren Energien vervierfachen, sechsmal so viel Solarenergie, dreimal so viele Windanlagen, schnellere Genehmigungsverfahren, Förderung energetischer Gebäudesanierung, Förderung vom grünen Wasserstoff für die Industrie, schneller Ausbau der Ladeinfrastruktur für Autos, massive Stärkung des Schienenverkehrs, mehr Bahnstrecken, mehr Elektrifizierung, mehr Digitalisierung im Sinne einer intelligenten Mobilitätsdienstleistung. ÖPNV günstiger, ein Euro-Jahresticket, klimafreundliche Geschäftsmodelle, Impact Investing, Klimakredite, Green Bonds, soziale Klimapolitik, klimafreundliche Demokratie, Energiegenossenschaften, Bürgerklimaräte. Ich könnte noch ewig weitermachen. In meinem Buch habe ich eine Vielzahl von Ideen und Lösungen und Maßnahmen adressiert. Es ist aber nur der Anfang von einem noch viel größeren Aufbruch, von einer noch viel längeren To-Do-Liste, die wir abarbeiten müssen. Der echte Zeit- und Maßnahmenplan muss erst noch entwickelt werden, und zwar von all denen, die das 21. zu einem Jahrhundert von Demokratie, Klimaschutz, Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit machen wollen. Von New York bis Dakar, von Kopenhagen bis Marrakesch, von Paris bis Lüneburg. Hier und heute. Ab sofort. Die Politik der kleinen Schritte in den letzten Jahren und Jahrzehnten war vielleicht für manche ein angenehmes Tempo, doch uns läuft die Zeit davon. Der Klimawandel nimmt immer mehr Fahrt auf und wir kriechen im Schneckentempo hinterher. Unsere kleinen Schritte müssen endlich deutlich größer werden, aber vor allem schneller und am besten auch zu weiten Sprüngen führen. Kurz, wir müssen Speed aufnehmen. Die Kipppunkte kommen in rasender Geschwindigkeit immer näher. Der Countdown läuft. Zehn, neun, acht. Genau wie damals in Cape Canaveral müssen wir jetzt wieder eine Rakete zünden, eine Klimaschutzrakete und damit einen globalen Ideenwettbewerb starten, nicht nur zur Eroberung des Weltraums, sondern zur Rettung des Planeten. Denn der Mann auf dem Mond war und ist genauso wichtig wie die Menschheit auf der Erde. Vielen herzlichen Dank und viel Erfolg für die Ausstellung. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.